Willkommen zurück zu Let's Play Scurvy's Funback! So! Warum läuft es hier mit einem anderen und wir sind tot? Ich glaub hier läuft es ziemlich falsch. Egal! Jetzt nochmal. Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Scurvy's Funback! Für den Super Nintendo! Ja, ok. Jetzt starten wir mal richtig durch. Das ist wahrscheinlich hier das Endlevel. Aber natürlich... Widen wir jetzt hier durch oder BÄM! Natürlich noch was zu uns wäre näher gekommen. Und auch diese komischen kleinen Hüten. Also wir dachten hier sind die Pro aber... Nein! Ah, schlecht! Tja! So ist das Leben, Jungs! Wow! 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 Es wird schneller! Oh mein Gott! Ok! Das war eine sehr schwere Hüte! Wir haben beinahe nicht geschafft! Aber hey! Wir sind ja Kirby! Wir kriegen ja alles hin! Hm, ok! Oh! Wunderbar! Drei Mal! Zwei Mal! Zwei Mal! Oder dann drittes Mal! Vier Mal! Zwei Mal! Und... Sechs Mal! Und jetzt... Hallo? Warum rückwärts? Oh! Achja! Das macht es bestimmt eindeutig bisschen schwieriger! Ich kann mich kaum halten! So schwierig ist das! Ok! Ich wollte grad sagen, ok! Jetzt wird's eng! Ah! Egal! Fehler sind erlaubt! Wir haben das Spiel ja noch nie gespielt! Egal! Leider! Piuuuu! Und jetzt rückwärts! Haha! Wir haben mich noch erwischt! Warum kommen wir hier keine Spitzelöffel? Ich glaube, wir haben einen Freund rufen doch voll lang und leidig! Ja! Sein! Du rufst dich herbei! Krieg mal die ganze Zeit gegen mich auf Dritte! Oh cool! Danke! Das hat mir jetzt so gut geholfen! Ja! Sag nicht der Gegner aus Wette! Ok! Ha! Die Musik scheint schon wirklich dramatisch zu sein! Und ich glaube echt! Wir sind im Endkampf! What the fuck! Okay! Ich weiß nicht warum, aber... Ich verstehe! Nein, das kommt nicht gut! Nein! Ich wusste es! Ich wusste es! Verdammt! Was ist das für... Ich wusste es! Komm noch einen Schlag! Ich kenne mich! Es gibt sicherlich noch oder so! Aber... Wir haben es geschafft! Hahaha! Wir sind so gut! Ne? Wir haben den bösen Hello Kitty-Planeten geschaffen! Verstört! Und unseren Milky Way gerettet! Mond und Sonne vertragen sich jetzt wieder und machen viele kleine Sterne! Und es ist zu Ende! Und es war alles neu geträumt! Diese Geschichten haben gar nicht stattgefunden! Das war es all ertrieben! Ja! Das war alles ein Traum! Kannst du aufwachen? In einem kleinen, komischen, häpplichen Haus! Moment! Sternpflanzen! Und so! Ja! Hell ja! Was erzähle ich euch jetzt noch alles? Ich weiß nicht, ob da noch ein Spiel nachkommt! Aber ich glaube, so von den Slots her war es es gewesen! Also... Lesen wir noch kurz! Schmerzhaft! Das Ende! Ich weiß! Es tut euch in den Herzen reden! Das Spiel zu einem Messer Ding! Es war einfach nur... Ich kenne nicht Bescheid! Es war ein mega langweiches Spiel! Warum spiele ich eigentlich irgendwas mit einem großer Kaugummi? Oh! Ich habe meine Mütze auf und einen Pinsel an! Oh! Ich guck mal! Ich mache jetzt diese Designerteile und so! Oh! Oh! Ich habe meine Cyberbrille auf! Oh! Oh! Ich bin eine Hälfte könnte! Oh! 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 Ich kenne mich einfach für den Sack! Wollen wir jetzt noch drei Minuten das Ende sehen? Oder? Oh! Oh! Wir sitzen vor allem Klavier und haben den Sound natürlich auch entwickelt! Wir sind ein Multitalent! Wir können hier alles! Hey, krrr! Kuckw mal! Wir öffnen uns einen Mega Man-Helm auf und machen irgendwelche Steine ab und sagen, Hey, das ist ein Level. Wir haben die Levels entdeckt. Hey, ist das nicht toll? Komm, wir gehen uns einfach mal schlafen und mal einen Kaffee nehmen uns oder einen Tee und sagen, hey, Spezialdank an Japaner 1, Japaner 2, Japaner 3 und natürlich Japaner 4. Und wenn du noch kommt, Spezialdank an Japaner 5 und 6. Aber nicht vergessen mit Japaner 7 und natürlich mit Japaner 8. 9 und 10 und natürlich 11 und 12 und 13. Naja, das ist kein Japaner, aber doch, das können Japaner sein. Und Kayumi McDonald? Was? McDonald? Ich wusste, das Spiel ziemlich lächerlich war, aber das ein Clown mitgespielt. Oh, Clowns. Wie toll. Hallo, ich dachte, ein Spezialdank ist Ende. Hallo. Hallo. Was macht Mario hier? Achso, Nintendo. Okay. Hallo, Nintendo. Oh, ich habe Joghurt. Oh, Joghurt. Was geht? Er muss ja Joghurt schon ein bisschen länger hier, aber... Er schmeckt leicht nach Vanille. Das würde keinen Kenner sehen, wie erotisch ich gerade zum Pech auslenke. Was ist mehr? Da ist nix mehr. Da ist nix mehr. Ja, ich glaube, da ist nix mehr. Was machst du da unten? Was ist das? Der feine Schöne ist zuhörs Bordel, wie euch die Pink-Wonder-Phrase ist ein Pinkes-Wonder. Oh nein. Ich kann ahnen, was es ist, und ich glaube, wir haben das Glück und wir sind gegen alle im Gegners-Camps, die wir hatten. Okay, deswegen lege ich mir jetzt schlafen. Oh nein. Oh nein. Oh nein, das ist so, dass wir jetzt nicht mehr schlafen sind. Oh nein.